es gab heute schon die einzelpartie bayern gegen freiburg und jetzt auch noch frankfurt gegen schalke die schalker können jetzt an diesem wochenende beweisen dass die letzte woche vielleicht kein ausrutscher war mit dem 4 zu 0 sieg und können vielleicht jetzt eine siegesserie von 30 um geschlagenen spielen in folge reißen vielleicht wir werden sehen frankfurt ist natürlich die starke mannschaft heimstark frankfurt mal gucken was die schalker da mitnehmen können ob sie überhaupt was mitnehmen können oder ob es peinlich wird für die königsblau insgesamt sechs packs sechs online codes weil ich halt nicht weiß sind dass elfer päckchen sind das fünfer päckchen wir müssen spontan gucken das ist ein fünfer päckchen also alles richtig gemacht wie genere in halbzeit nummer eins und wir gehen rein mit augsburg hertha glattbach wolfsburg bayern somit keine tore nach tag nummer eins direkt mal klub 100 100 101 thomas müller das ist übrigens nicht schön logos da im hintergrund zu sehen zweites pack zweites pack zweites pack aue aue mainz leipzig aber einfach drei aue spieler in einem pack hatten wir sowas schon mal hier die schönen logos schalke frankfurt online koody body und letztes pack letztes pack halbzeit nummer eins gibt es hier noch mal ein törchen gibt es noch mal ein törchen nein gibt es nicht was heißt noch mal es gibt gar kein törchen bis jetzt es gibt gar kein törchen bis jetzt deswegen gehe ich auch sofort rein jungs ich gehe sofort rein ich schnack nicht lange rum halbzeit nummer 2 ich möchte hier tore sehen ich möchte die tore sehen ich möchte ich möchte ich möchte die tore sehen aber wir werden keine tore sehen macht es nur bei 100 bringt uns aber nichts bringt uns aber gar nichts wir brauchen frankfurt oder schalke frankfurt oder schalke frankfurt oder schalke 04 ganz ganz dick ist letztes weg letztes weg können die frankfurter die partie noch mal drehen vielleicht mit einer power card und dann steht es 21 vielleicht letztes weg netten weg freiburg auf mein hamburg freiburg bielefeld das war's schalke gewinnt schalke gewinnt das zweite spiel in folge laut den pexenheit bundesliga-orakel hier auf meinem kanal lasst gerne ein däumchen da lasst ein abo da ich bin jetzt raus wir sehen uns beim nächsten mal haut rein und tschüssi kopf gibt